So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist wieder soweit, wir haben ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet, wieder mal, wieder an einem Dienstag, dass ihr eine Woche Zeit habt mitzumachen, aber ich muss noch was einblenden und zwar diesen roten Skorpion, das ist immer noch das Gewinnermaskottchen vom iSkorpiens, der hat nämlich nicht nur den vorletzten Monat gewonnen und deshalb hat uns der Skorpion als Maskottchen den ganzen Folgemonat begleitet, nein, er hat auch letzten Monat gewonnen, die Raidmania hat da die meisten Punkte geholt in der Raidmania und hat sich wieder den roten Skorpion gewünscht, wem das also noch nicht aufgefallen ist, man hätte ja denken können, das ist ein Fehler, ich habe ganz vergessen den neuen Gewinner bekannt zu geben oder das Gewinner-Pokémon einzublenden, nein, es ist wieder iSkorpiens mit dem roten Skorpion und deshalb würde er uns hier als Maskottchen begleiten, weiterhin, so. Wir haben wieder ein Gewinnspiel für euch jetzt vorbereitet, zum Thema Pokémon Go, Yototour, die ist jetzt vorbei, die hat die Nation wieder mal gespalten, die einen fanden sie gut, die anderen fanden sie nicht so gut, die Tour. Was rede ich jetzt? Es ist, ich bin total müde, tut mir leid, es ist hier mitten in der Nacht. Also, die einen fanden die Yototour richtig genial, die anderen waren total überfordert und haben auch gesagt, so ein Hack-Make hin und her, Stress pur, alles mögliche, man hat eh alles verpasst, bla bla bla, aber im Rampenlicht stand natürlich irgendwo trotzdem Korazon, weil es ein regionales Pokémon ist. Viele haben das gar nicht gehabt, haben sich das erst zur Tour jetzt dann geholt, aus einem Raid vielleicht, manche hatten Glück, haben aus dem Raid vielleicht sogar einen Shiny Korazon gezogen und andere hatten kein Glück, wollen unbedingt dieses Shiny haben, weil sie sagen, das sieht richtig cool aus, vor allem die Farbe, ihr seht das ja hier auch. Deshalb kam der Tobi auf die Idee, der hat einfach hier einen Screen mir geschickt, hat gesagt, jo, er hat eins besorgt, er hat dann zwei besorgt und er wird auch noch weitere besorgen und ob ich Bock hätte vielleicht, dass wir fünf Stück, fünf Shiny Korazon an die Community verlosen. Das heißt, wenn ihr gewinnt, müsstet ihr euch dann auch mit dem Jan Tobias anfreunden, auf seinem Hauptaccount und müsst mit ihm dann also 30 Tage leveln, bis ihr Hyperfreunde seid, damit ihr das für 80.000 dann tauschen könnt. Ich glaube mal, Leute, die das schon haben, werden eh nicht mitmachen und Leute, die das nicht haben, für die ist es ja eh neu, also Spezialtausch 80.000 Staub kostet das dann, bereitet euch schon mal drauf vor, 30 Tage leveln. Das zieht sich also ein bisschen, deswegen hauen wir das jetzt erstmal raus. Wie immer, Dienstag, jetzt kommt das Online, es ist eine Woche Zeit zum Mitmachen, also Montag, 20 Uhr bei Chill mit Ramses, im Livestream wird das dann ausgelost. Der Stream beginnt am Montag, 20 Uhr, aber die Auslosung ist um 21 Uhr am Montag. Vielleicht habt ihr schon mal sowas gesehen, ist eigentlich immer ganz spannend und so, gibt aber öfters auch mal Probleme und natürlich Leute, die dann immer einkommen, wie macht man mit, wie macht man mit, wie macht man mit, wie macht man mit, wann ist die Verlosung, wann ist die Verlosung, das geht die ganze Zeit, deswegen hört bitte zu. Es gibt eigentlich nicht viel zum Zuhören, macht mit, Montag, 20 Uhr, schaltet ein, seid dabei, 21 Uhr ist die Verlosung und ihr müsst auch live anwesend sein während der Verlosung, dass wenn ihr gezogen werdet, ihr euren Gewinn sozusagen direkt empfangen könnt, annehmen könnt, verbal zumindest. Zumindest ist zur Sicherheit, weil es da öfters mal Leute gab, die da irgendwelche Fake-Profile dann gemacht haben und haben sich schnell gemeldet und wollten dann das abstauben, das möchten wir nicht, also bitte 21 Uhr da sein, wenn ihr gezogen werdet, Montag im Chill mit Ramses Livestream. Es werden so oft Leute gezogen, die gewonnen haben, aber halt einfach nicht da sind. Wenn ich jetzt schon weiß, am Montag, dann brauchen die eigentlich auch nicht mitmachen. Was ihr jetzt aber tun müsst, um zu gewinnen, eigentlich nur einen Kommentar unter dieses Video schreiben, fünf werden dann wie gesagt rausgesucht und früher haben wir das auch mit Hashtags gemacht, die ein bestimmtes Wort enthalten sollten oder wir haben gesagt, schreibt euren Trainernamen und Trainercode auch drunter, aber durch die Codes gab es dann Probleme, dass YouTube dachte, das sind irgendwelche Handynummern oder Bankdaten oder sonst was. Das können wir nicht anzeigen, deswegen verzichtet auf alles, aber was wichtig ist, schreibt einen Kommentar, in dem ihr am Anfang wenigstens reinschreibt, Trainername, Doppelpunkt, euren Trainernamen dahinter, damit man das auch zuordnen kann, nochmal ungefähr weiß, wer ihr seid. Also der Kommentar mit Trainername, den ihr dann angebt und einem kleinen Infotext, vielleicht nochmal Feedback zur Jodotour, wie eure Meinung zur Jodotour war, ob ihr vielleicht Corazon geradet habt, ob ihr viele Rades gemacht habt, ob ihr einen Shiny bekommen habt, ob ihr das Shiny findet, welches Lieblingsshiny, welches euer, welches Shiny euer Lieblingsshiny von der Jodotour war, irgendwie sowas, schreibt halt einen kleinen Infotext hin und in diesem Infotext soll irgendwo das Wort Tobi drin sein, versteht ihr? Wenn ihr zum Beispiel schreibt, mein Lieblingsshiny ist, hey, ach das ist Quatsch, egal. Nein, aber ich will trotzdem, dass der Tobias da ein bisschen irgendwie mit integriert wird, ich hätte eigentlich ein Hashtag gemacht, so wie Tobi der Boss, aber das ist auch Quatsch, also schreibt einfach euren Trainernamen am Anfang der Nachricht hin, dass man weiß, wer ihr seid und macht einen kleinen Infotext dazu und in diesen Infotext packt irgendwo einfach das Wort Tobi rein. Das ist nicht so schwer, einfach das Wort Tobi in den Infotext packen und euren Trainernamen am Anfang angeben. Dann werden alle, die das schaffen, irgendwie, die das Unmögliche schaffen, irgendwie, werden dann am Montag gezogen und die fünf Ersten, die das richtig haben, kriegen dann ein Shiny Corazon. Macht euch doch keine Sorgen, wer schon öfters, der weiß, wie das alles abläuft und bla bla bla. Ich habe selber noch gar keins. Ich könnte auch sagen, hier, fang mal eins, tausch mir mal rüber, aber ich warte jetzt bis Ende des Jahres, ach Ende des Monats, gibt es ja nochmal ein Event in Oka... Dings. Und da soll es ja auch ein Shiny Pikachu geben mit einem Hemd und auch vermehrt nochmal Corazon. Da gucke ich mal, ob ich vielleicht, vielleicht können wir sogar streamen, können uns das mal reinziehen, ob ich da vielleicht eins bekomme. Und, ja, ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Also, einfach kurzes Gewinnspiel. Trainername, Infotext, Tobi, zack, schreibt es einfach irgendwie hin. Montag, 21 Uhr, Auslosung, das ist eigentlich alles gesagt. Ich komme mir gerade so blöd vor, gerade, ich nehme das Video jetzt schon zum dritten Mal auf, weil ich halte vom Stuhl falle die ganze Zeit. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Und 15 Uhr sehen wir uns bei Raids für Zuschauer mit Wuffels, weil da Leute auch immer noch Bock haben, Raids machen wollen und sagen, ja, ich will unbedingt den Hund haben und bla 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 bla, aber Corazon werden wir euch auf jeden Fall schon mal hinterher werfen. Ja, wer da jetzt noch keinen Shiny gekriegt hat, vielleicht kriegt er jetzt von uns eins geschenkt. Danke, Tobi, auf jeden Fall für diese Möglichkeit. Ich hoffe, du kriegst die auch noch alle, aber das ist jetzt dann eh 30 Tage Zeit erst mal mit dem Leveln, bevor du die Ware liefern musst. Wenn ich sage mir Bescheid, dann tun wir dem Tobi so ein paar Betonfüße dran machen und tun ihn da so in das Wasser rein und, ja, dann sieht er auch so blau aus wie das. Egal, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ich glaube, ich gehe jetzt... Gute Nacht. Ciao.